Sehr geehrte Damen und Herren, jetzt darf ich Sie zur Einheit Lifecycle Assessment auf Deutsch Ökobilanzierung oder Lebenszyklusanalyse begrüßen. Zu Beginn werde ich Ihnen den Kontext der Ökobilanzierung erläutern und dann in die Details überleiten. Wie in den anderen Einheiten bereits erwähnt, gibt es laut dem letzten IPCC-Bericht keine Zweifel daran, dass der menschliche Einfluss das Klimasystem erwärmt hat. Die Klimaveränderungen sind überall auf der Welt eingetreten, in einem Ausmaß und Tempo, wie sie seit vielen Jahrhunderten bis Jahrtausenden nicht zu erkennen waren. Um den Klimawandel zu begrenzen, müssten die Netto-CO2-Emissionen mindestens auf Null sinken. Aber wie kann man die Mengen an CO2 messen und wie berechnet man ihren Beitrag zur Klimawirkung? Die wissenschaftlichen Methoden dazu möchte ich Ihnen in diesem Modul erläutern. Beginnen wir mit einem Beispiel. Warum ist es überhaupt wichtig, unterschiedliche Produkte zu vergleichen? Was ist denn ökologisch vorteilhafter? Wasser aus einem Plastikbecher zu trinken oder aus einem Glas. Ich lasse Sie kurz darüber nachdenken. Was wäre, wenn Sie das Glas nach jedem Gebrauch mit heißem Wasser unter Verwendung fossiler Brennstoffe als Wärmequelle und mit Waschmittel waschen würden? Was ist, wenn das Glas nach der ersten Benutzung kaputt wird? Was ist der Unterschied, wenn das Glas aus Altglas hergestellt ist? Beim Plastikbecher. Was ist, wenn dieser nicht adäquat entsorgt wird? Oder Sie tragen Ihren Teil dazu bei und bringen den Plastikbecher zum Recyclingcenter. Was ist aber, wenn der Plastikbecher vom anderen Ende der Welt zu uns transportiert wird, bis er bei uns im Regal steht? Deshalb sagen wir immer It depends. Es kommt darauf an, wie der gesamte Lebenszyklus aussieht. Der Lebenszyklus eines Produkts oder Systems beginnt mit der Idee der Konzeption, dem Design, der Rohstoffgewinnung, der Herstellung, der Nutzung und endet mit den Aktivitäten am Ende des Lebenszyklus. Beim Lebenszyklus betrachten wir alle Stoff- und Energieströme, die in ein Produktsystem gelangen. Hier dargestellt durch die grünen Balken und wir verfolgen diese in die Produktion, dann in die Nutzung und dann zum Ende des Lebenszyklus, dem sogenannten End of Life. Die methodischen Grundlagen des Lifecycle Assessment sind dabei in der ÖNOM EN 1440 geregelt. Hier wird die ÖKO-Bilanzierung als die Erfassung und Bewertung der Inputs und Outputs sowie der potenziellen Umweltwirkungen eines Produktsystems über den Lebenszyklus gesehen. Ergänzend zu den Normen in diesem Bereich gibt es auch zahlreiche Bücher, falls Sie sich für das Thema näher interessieren. Wissenschaftliche Artikel finden Sie in dem sehr renommierten Journal of Lifecycle Assessment. Wissenschaftliche Artikel finden Sie im renommierten International Journal of Lifecycle Assessment. Lassen Sie mich noch kurz fragen, warum machen wir dies? Es gibt eine neue Haltung, ein globales Interesse an der Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Umwelt. Daraus hat sich die Notwendigkeit abgeleitet, Produktionsprozesse als Ganzes zu erfassen, zu bewerten und die Umweltauswirkungen auch zu visualisieren. In Europa im Speziellen wurde der sogenannte Green Deal beschlossen. Das heißt, dass Europa als erster Kontinent klimaneutral werden soll. Inwieweit bei den Entscheidungsprozessen die Methode der LCA eine Rolle spielt, habe ich Ihnen hier dargestellt. Im Rahmen des Green Deal gibt es viele Handlungsfelder. Von der Transition to a Circular Economy, dem Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, der Zero-Pollution, das heißt keine Verschmutzung, dem Farm-to-Fork vom Bauernhof auf den Teller, der Transformation of Agriculture and Rural Areas, der Wandel der Landwirtschaft und des ländlichen Raums, Towards a Modernized and Simplified Common Agricultural Policy auf dem Weg zu einer modernisierten und vereinfachten gemeinsamen Agrarpolitik, Leave No One Behind, Just Transition, also niemanden zurücklassen, Financing the Transition, so die Finanzierung dieses Übergangs, Clean, Reliable and Affordable Energy, saubere, zuverlässige und erschwingliche Energie, Achieving Climate Neutrality, das Erreichen der Klimaneutralität, Sustainable Transport, der nachhaltige Transport oder Preserving Europe's Natural Capital, das heißt das Naturkapital bewahren. Jedes Unternehmen, das sein Produkt in mehreren Mitgliedstaaten als umweltfreundlicher vermarkten möchte, steht also vor einer verwirrenden Auswahl an Methoden und Initiativen. Manchmal müssen die Unternehmen für verschiedene Märkte unterschiedliche Methoden anwenden. Dies verursacht Kosten für die Unternehmen und sorgt für Verwirrung bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Die Europäische Kommission hat die Methode des Product Environmental Footprint und des Umweltfußabdrucks für Organisationen als gemeinsame Methode zur Messung der Umweltleistung vorgeschlagen. Der PEF oder OEF sind die von der EU empfohlenen auf der Lebenszyklusanalyse LCA-basierenden Methode zur Quantifizierung der Umweltauswirkung von Produkten, Waren oder Dienstleistungen und Organisationen. Neben dieser Methode gibt es auch noch andere wie zum Beispiel das Lifecycle Thinking. Die Abbildung gibt Ihnen einen Überblick über die Entwicklung der Umsetzung vom Lifecycle Thinking, dem LCA, Lifecycle Costing und dem Product Environmental Footprint im Laufe der Zeit, in dem sie das Jahr angibt, in dem die identifizierten Strategien und Mitteilungen veröffentlicht wurden. Das sind zum Beispiel Verordnungen, Richtlinien, Entscheidungen, Empfehlungen oder Communications. In dieser Darstellung hier auf der rechten Seite sehen Sie die beiden zuvor bereits erwähnten unterschiedlichen Anwendungsfälle. Die organisationsbezogenen hier in grün und die produktbezogenen hier in orange dargestellt. Im Zentrum der Überlegungen steht das Umweltmanagement nach der ISO 14040, welches den Grundsätzen des Qualitätsmanagements im Sinne der ISO 9000 folgt. Die Grafik gibt Ihnen auch einen Überblick über diese Normenreihe und darin vor allem die Reihe der ISO 14020, welche auf internationaler Ebene zentrale Regeln bereitstellt, wie produkt- und organisationsbezogene Umweltinformationen auf freiwilliger Basis erheben und genutzt werden können. Es besteht in weiterer Folge Schnittstellen zu den produktionsbezogenen Normen, beispielsweise der ISO 144040 oder zur Ökobilanzierung auf organisationsbezogene Normen, beispielsweise der ISO 14072. In dem Artikel, wo Sie die Quelle auf der rechten Seite sehen, können Sie noch mehr Details zu den unterschiedlichen Kommunikationsinstrumenten, zum Beispiel der Umweltkennzeichnung oder der Umweltdeklaration nachlesen. Wichtig zum Schluss, die Ökobilanz ist eine von mehreren Umweltmanagementmethoden und ist nicht in jedem Fall die am besten geeignetste Methode. Es gibt beispielsweise noch Risikoabschätzung, die Beurteilung der Umweltleistung, Umweltaudits oder auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung, nur um einige zu nennen. Üblicherweise werden auch ökonomische oder soziale Aspekte eines Produkts bei der Ökobilanz nicht berücksichtigt. Prinzipiell ist die Methode auch auf diese anderen Aspekte erweiterbar. In dem nächsten Teil möchten wir dann näher noch auf die ISO 40 eingehen.